Dienstag, 10. November. Ein Diätstart wäre heute sehr leicht und auch wirksam. Alles reinigende und ableitende Massagen sind ebenfalls sehr ratsam. Falls Sie hinaus wollen, könnten Sie die letzten Arbeiten vor der Winterruhe im Garten bestens durchführen. Im persönlichen Bereich gibt es ein Easy Living und es ist sehr viel Hingabe möglich. Sie sind für Ihren Partner energetisch oft ein bisschen schwer greifbar und mit Hingabe können Sie das dann gut ausgleichen. Pflichten gegenüber bevorzugen Sie heute eher eine etwas legere Haltung.